Moin! In diesem kurzen Video möchte ich die Kompatibilität der Jakobs Momente Kaffeekapseln in der Nespresso Initia Maschine testen. Sind die Jakobs Momente Kaffeekapseln kompatibel mit der Nespresso Initia? Ich öffne einmal hier die Verpackung. Da haben wir hier die Kaffeekapsel und ein Aluminium, sonst aus Kunststoff. Schauen wir einmal, ob die Kapseln in der Maschine funktionieren oder ob die Maschine Probleme macht. Wenn ich da jetzt die Kapsel einlege. Ich schalte die Maschine einmal ein, so, die Kapsel einmal einlegen, den Verschlusshebel schließen. Lässt sich einfach schließen, was schon mal für die Kaffeekapsel spricht. Aber letztendlich entscheidet der Brühvorgang. Den starte ich jetzt einmal. Ich bereite ein Espresso mit 40 Millilitern zu. Man sieht, das tröpfelt nur leicht. Jetzt kommt mal ein bisschen mehr, aber die Pumpe stoppt und es kommt kein Kaffee aus der Maschine. Was soll ich sagen? Gucken wir einmal, ob die Kapsel jetzt wenigstens, da wird die Kapsel jetzt wieder ausgeworfen. Es riecht sehr stark nach Kaffee, aber es ist kein Kaffee in der Tasse. Also, mein Fazit. Die Jakobs-Kapseln, hier haben wir die Kapsel, funktionieren nicht mit der neuen Nespresso-Initia-Maschine. Hier muss der Hersteller nachbessern. Ansonsten empfehle ich eher die original Nespresso-Kapseln. Jakobs-Momente und Initia funktioniert nicht. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Wenn ihr weitere Test-Videos sehen wollt, schaut in meinen YouTube-Channel oder auf meine Seite kapsel-kaffee.net. Ich hoffe, ich habe jetzt noch einen Kaffee in der nächsten Video-Channel.